und damit heim und servis liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu der splat in marvels avengers mx 16 den stream ja ganz schön hohe hausnummer leider geht es auch so lange her trotzdem immer noch gut in der zeit aber in sich gefühlt nicht so alt fühlt aber ja so ist wieder stehen geblieben bei 44 stock missionen ja 50 dann haben wir auf jeden fall die ganzen solo-dinger nur also hat es wirklich online und anscheinend nichts gezählt wenn ich noch sechs bräuchte schau mal aber heute tendenziell müsste es jetzt platin werden ja von dem her mal gucken ja in der hoffnung natürlich dass ich keine lide gleich wieder machen muss tag der ratio perfekt nein muss er jetzt aktualisieren echt jetzt man da war gerade einer spiel aktualisiert lieber das ist nicht in die ernst naja dann halte lide ja das hängt schon gut an auch gut 44 und 50 so jetzt gleich wieder der neustarter her wir haben noch einen elitestock geortet naja guck mal so also die däger mal bei sechs stück auch wenn es hier sechs elite wären sind es ja tendenziell roundabout zwei stündchen da ich ja heute wieder länger mache werde ich wahrscheinlich danach direkt hier sort online lost song anfangen habe ich zwar drei trophies schon geholt werden wasserschein aber es sind nur drei story trophies die haben wir innerhalb von einer stunde oder sowas also ja es ist wurscht die kriegt jeder von dem her fange ich da ganz normal an mit stream 01 außes dauert wegen was auch immer hier länger dann machen wir hier control oder halt nur avengers wenn die scheiß trophy nicht kommt na aber gut schauen wir mal ich habe das eingangs terminal des elitestocks in ihrem halt markiert feind gesichtet schon mal gucken gut naja und der ratio bei dir läuft's mit borderlands ich habe die sicherheitsvorkehrungen des aufzugs um immerhin geht das jetzt fix immerhin geht das jetzt fix so dann wollen wir nebenbei noch den streamplan anpassen weil das stimmt ja heute hinten und vorne hinten und vorne und oben so so ist das da helfen sie diesen wissenschaftlern die truppen zu besiegen warum denn immer sie wollen sie wollen helfen sie immer den kack hier ja ja würde ich auch genauso machen in dem fall der ratio das würde ich dann genauso machen so ist sie auch da ja ja wobei hehehe weil wenn es jetzt bei mir so wäre hier wäre mit avengers ne da kommt stark drauf an welche tropie da nicht kommt hehehehe weil ich habe hier genau das gleich hier vorne danach cross save auf oder hier crossfunktion hier mit von PS4 auf PS5 und dann hoffen dass ich da auch gleich die Insel Platin holen ACHTED AUF EURES AUGEN Oja so kann sich das auch mal an stimmt So Weg mit den Fäcken hier Passt Naja, aber dann ist ja immer noch dran, dass ich weniger wie 6 brauche Das glaube ich auch sofort Die Nebenmissionen nochmal alle Ich muss ja so wieder alle finden und so weiter Das ist blöd, ja, stimmt Ich hatte die höchste Geheimhaltungsfreigabe der US-Regierung Begeben Sie sich zu der Position auf Ihrem Hut Der lädt so schnell 2 So müsste es glaube ich stimmen Ja Naja Also wenn bei mir hier Zumindest hier die Stockdinger kommen sollten Wobei es eigentlich bei Marvel's Avengers Kein Problem hier anscheinend gibt Also sagen die Stock Mission Trophy kommt Der Rest ging ja relativ schnell Diese Feinde müssen besiegt werden So tendenziell Wo ist Der Kampf ist nicht vorbei Der Kampf ist nicht vorbei Scheinerei Oh es braucht immer Sticker aus bei mir Donn Donn Also Also Oh wow Das ist ja welches der Scheiß Das ist ja der Steuerpult da Ja ja So So Äh Elite Das ist immer gut Am besten aus 6 Ebenen durch Nur Elite Gegner Deshalb besser Jedes Mitglied des Elite Teams Muss besiegt werden Einer ihrer Agents ist am Boden Wieso konnte ich jetzt die A1 Werde ich ja nicht aktivieren Was ist denn das jetzt Gut gemacht Dieses Truppmitglied wurde neutralisiert Dum 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 Moin Bärchen Äh Äh Du wirkst nervös Magst du keine Aufzüge Ich gehe nicht gerne in Kisten Und komme dann woanders heraus Das ist verwirrt Und unnatürlich Schon klar Du bist eher der Rollstrap-Typ Begeben Sie sich zu der Position Auf ihrem Hut Äh Es geht los Au Au Das ist auch schon 4 Von 6 Die Feinde müssen besiegt werden In die Schlacht Ich kann die Runde aufräumen Ja chillig Können wir so weiter gehen? Einmal dauert seid ihr. Mit Schafe. Ich freue mich jetzt auch schon wieder drauf. Weil ich heute leider auch noch versucht hier, mich abzuwerben, dass ich doch bei dem arbeiten soll. Jaja. Jemaliger Schulkamerad, das ist ja ein IT-Unternehmen. Jaja, da habe ich super riesig getroffen hier, wo ich mein Mädel abgeholt habe vom Retten. Seine Tochter ist da auch. Ja. Schauen wir mal. Ja, bei mir ist siebter Oster, gerade am Freitag, da stelle ich schon wieder auf, da schlage ich schon wieder auf, da ist ja noch nichts los, da können wir jetzt wieder einarbeiten. Genau. So, das war jetzt hier Samstag. Das wäre teuer. Und ich hätte Angst, dass du sie kaputt machst. So. Ist auch schon drin hier. Äh, nicht unbedingt, weil, also, das ist auch einiges näher, weil ich 5 Minuten da. Also, da muss ich nicht unbedingt besser bezahlt sein. Sag jetzt mal. Na klar, aber ich würde da nichts dagegen, ne. Aber, da würde es auch ein Tick weniger tun. Stören Sie die Turbinen. Ja. 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 Das war ein mächtiger Schlag. So. Da ist er ja, der Paner. Das gibt's nicht vom Bär. Das gibt's nicht. Aber klar, wenn man hier natürlich ein neues Schlagschrankkabel braucht für die Server und so weiter. Das mach ich ja nicht. Selber. Aber sich generell Stromkabel irgendwie umpflanschen und andere Sicherungen rein und so einen Spaß nehmen. Gut, Sicherungen könnte ich zwar auch selber, aber na. Muss ja nicht unbedingt sein. Ach, da ist er jetzt hin. Der Generator ist nicht mehr in Betrieb. Oder was auch so gut ist hier, wenn du ja gerade überlegst, ja scheiße, machst du eine neue Netzwerkstruktur rein? Na, rufst den Elektriker und sag, hier zieh mal ein Landkabel rein. Da freuen sie sich immer. Hehehe. Die Adaptoids sind in der letzten Etage. Das werden ja noch die Finger schmutzig. Das geht ja gar nicht. Hehehe. Ein Elite-Team von AIM ist in der Nähe und in Alarmbereitschaft. Aktualisiere Erhard. Gute Nacht, Schätzchen! Geh. Ich nehme die concentrated-team-team-team-team-team-team-team-team. raus muss, das sag ich mir schon. Sonst schalte ich mir lieber auf und mach das dann da. Lieber HektarPlanet, der hat mir Befehle und so. Naja. Ja, genau. Ja. Ja, wir auch. Also es ist immer nur ein oder zwei Kabel, sonst schalte ich selber, wenn ich die Zeit dazu habe. Ja, meistens ist es ja dann nicht nur ein, zwei Kabel, sondern ja schon ein paar mehr, wo der dann draust. Da bin ich froh, wenn ich nicht patchen muss. Habe ich hier schon genug gemacht, hier im Keller bei mir. Das reicht. Naja, nur ganz normales Verlegekabel. Ohne, also ungepatcht. Nur das Kabel drin. Au, 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 au. Naja, genau. Das habe ich selber gemacht. Da lagen sie nur drin. Und da hatte ich aus der Wand raus, guckend und so. Na, im Keller genauso. Habe ich gepatcht und so, glaube ich. Habe ich gekrimmt, gepatcht. Na, klar. So, ja. Gleich habe ich die Ladendosen an der Wand drin. Für die jeweiligen Zimmer. Das ist dann schon. So, das ist generell immer, wo ich die das nicht. Dann setze ich zum Beispiel lieber in den Terminal-Server oder sowas auf, in den neuen. Na. Oder mal irgendwelche heiklen Patches. Egal wie der Server oder irgendwie sowas. Das ist mir dann lieber. Das war offensichtlich der Letzte von ihnen. Die 45 ist wohl auch nicht. Ne. Gute Arbeit. Ich werde auf das Auftauchen weiterer elitischer... Das kam mir aus den letzten Jahren, ja. Mit den hier Landkabeln überall. Aber jetzt hier zum Beispiel, ja klar, im Rippo-Gebiet, da steht hier kein Haus ohne Landkabel. In gefühlt jedem Raum. Ja, sogar zwei Netzwerkdosen in der Garage. Man weiß ja nie. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, Anleitung, ja. Ja. So halb, halb. Auf Englisch klar schon eher, ja. Aber das ist immer so individuell. Gerade wenn du den Server aufsetzt oder so. Und das kannst du gar nicht alles allround-Anleitung schreiben. Das geht gar nicht. Weil manche haben hier gar keine Subnetze zum Beispiel. Weil manche haben keine, was ich da hier, DNS-Systeme laufen. So ein Scheiß. Oder Dyn-DNS noch schlimmer. Äh. Ja. Manche haben ja, was ich da hier, unmanaged. Switche, manche haben managed. Man muss das auch noch aufpassen. Genauso wie Firewalls. So viele Faktoren, ja. Das ist, ja. Das ist eher Learning by Doing. Zeig jetzt mal. Von so sehen, als Installation selber her. Es ist gleich wie Windows selber in einem Windows. Was du ja letztens gemacht hast, ne. Windows 10 oder Windows 11 aufsetzt. So ähnlich. Zumindest. Und ich habe einen. Einen relativ großen Halt. Weil klar, der ist im Keller halt, wo ja die ganzen Kabel und ganz laus zusammenlaufen. Und die sind halt da in den Switch eingesteckt, logischerweise. Der dann ja wiederum in der Firewall. Die dann wiederum im Router. Ja. Genau. Und sonst direkt im Router. Ja, aber sonst gar nichts stimmt. Ein nur. Nur das Switch. Und dann alles Glasfaser. Genau. Router, Firewall, Switch. So. So. Seien Sie auf alles gefasst. Ja. Ist top, ne. Wenn die hier irgendwie was wäre, steckst du halt kurz was aus oder um. Also einfach nur an sich. An einen Report einstecken. Durch wie habe ich ja schon mal. Ich habe ja einen Managed Switch. Und da habe ich so eingeteilt, dass die linken Ports, ne. Die sind alle frei für alles. Und die rechten Ports, die habe ich schon mal so konfiguriert. Da sind eigentlich so schon die Kinderzimmer dran. Na. Und da sind halt schon etliche Portsperren und alles drüber dran drin. Dass die Kinder auf so einstägige Seiten seien. Jetzt weiß ich, dass wir schon gar nicht drauf kommen. Schon allein schon wegen dem Port nicht. Äh. Ja. Okay. Leider geht dann doof, weil ich die YouTube und Twitch dann auch nicht. Aber ist halt so. Hehehe. Ja. Aber generell die laufen auch generell in einem komplett anderen Netz. Wie die anderen Systeme hier bei mir. Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich schon vorher eingerichtet, weil ich kenne Reiber, ne. Und ich kenne Leute, die keine Ahnung von IT haben. Weil da ist immer, mach mal gschwind. Gschwind, ne. Kannst du ja kurz mal machen. Mhm. Und dann sitzt du da vier, fünf Stunden lang rum. Na. Weil das halt dann doch nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Ja, nein. Was machst du eigentlich immer die ganze Zeit? Sieht mir ja nie was in der IT, ne. Ihr macht doch nie was. Ja, genau. Mach mal gschwind. Es gibt kein gschwind in der IT. Hehehe. Es gibt. Hehehe. Hehehe. Ja, das ist ja auch die wir schon mal vorbereitet für den Ernstfall, weil dann geht es ja wirklich geschwind. Hehehe. Dann ja, wenn du damit rechnest, dann geht es schnell. Ja. Hattest du schon mal das Gefühl, das Team behält dich nur, damit sie selber besser aussehen? Und so schwer als bei meiner Frau, muss ich sie ja eh machen, ne. Und ihre kannst du ja aus. Weil die wollte ja komplett eigenes Netzwerk, mit der eigenen Firewall dran. Äh, und was überhaupt gar keinen Zugriff hat auf unsere normalen Systeme hier im Haushalt. War Vorgabe vom Geschäft aus. Weil Steuerdaten und so, ne. Ähm. Ja. Kann man ja gschwind einrichten. Mhm. Gschwind. Klar. Gschwind ist eingerichtet, nur noch als sei kein Internet, bringt nicht viel im Homeoffice. Hehehe. Ja, ja. Na gut, einen halben Tag später hat es das auch gehabt, Alter. Aber die Sau komplett abgeschottet. Ja, 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 ja. Aber gerade so Zeug macht mir Gottes Bock. Ausgerechnet du denkst, ja, okay, so und so können es funktionieren. Dann willst du es testen, stellst du fest, oh scheiße, noch nicht. Und dann hängst du dran. Dann was hängt es jetzt? Hehehe. Ah. Was dann wiederum der Moment dann ist, hier mit dem Ding, machst du überhaupt irgendwas? Wie lange dauert das denn noch? Hehehe. Ja, das Problem ist halt auch diese, teilweise diese vorinstallierte Scheiße bei den Notebooks, ne. Ähm. Die Leute denken halt, ja, was ich, die Scheine, halt den Rechner ein, ne. Und dann machst du nur ein paar Klicks und zack, er läuft Windows, ne. Ja, klar, weil er vorinstalliert. Dann machst du nur hier so drei, vier Klicks und dann bist du drin. Bei Windows 10 oder 11, ist ja wurscht. Äh, schon beim 7er war es ja so, ne. Ja. Aber wenn du ein bestehendes System umstellen willst und du komplett neu, äh, richtig konfigurieren willst, das dauert länger. Hehehe. Aber dann erregnen die meist nicht. Dann sag ich mir, ja, wieso Windows 10 geht doch auch schneller. Hm. Elite Team von AIM ist in der Nähe und in Alarmbereitschaft. Aktualisiere ihr hart. Dann sag ich mir, weil meistens bloß, ja klar, wenn du es offen haben willst wie ein Scheunter, dann geht es schnell, ja. Wenn du es aber sicherer haben willst, oder am besten auch noch ganz sicher haben willst, dann geht es garantiert nicht schnell. Hehehe. Hehehe. So. Jedes Mitglied des Elite Teams muss besiegt werden. Hehehe. Mein Gott, hilf mir nur! Ja, krass, meine Sonne! Die Sonne! So, wenn er tut! Aber der Wach ist alt! Gut gemacht. Dieses Trupp mit Bliend wurde neutralisiert. Ja, ja. Wieder ein Feind besiegt. Das Team ist keine Bedrohung mehr. Nichts Spiel. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. das ganze macht er bock na außer dann kommen so dämliche fragen dass dann eher weniger aber sonst ja begeben sie sich zu der position auf ihrem hat diese feinde müssen besiegt werden ja so schwer dieses von installiert immer gar nicht das ne und das betriebssystem so ansicherer kriegst ja ja was ich da mit leute nachgeschmissen überall bin auszene seit jahren eigentlich geführt schon ja was ich für sieben euro ne was haben wir zehn euro maximal die oem variante zumindest reicht ja das ist die normale ultimate also professionell ha ja 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 Ich habe mir die Keyes dann halt per E-Mail zugeschickt. Dann kriegst du ja irgendwie überall her, das ist ja das kleinste Problem. Jetzt haben wir es so dran, denke ich auf Windows 7 habe ich mal im Export gekauft. 140 Euro waren das glaube ich, Windows 7 Ultimate. Ah, das waren nur Zeiten. Oder schon noch ein paar andere Versionen auch. Die Feinde wurden besiegt. Wir haben die letzte Etage des Stocks erreicht. Ja, habe ich auch hier. Jetzt insgesamt. Dreh mal, habe ich es kauft. Die Multi-User-Lizenz holen, aber die machen wir zu teuer. Dann habe ich ja Dreh mal Einzelplatz-Versionen geholt. Reicht. Gerade unser Notebook hier, also da meistens die Sarah für Homeschooling hat. Da ist es drauf, meine Frau nicht. So. Jedes Mitglied des Elite-Teams muss besiegt werden. Aber dann auch nur, was war denn das hier? Das Professional Plus war mit Exzess und einem möglichen Schickschlag. Was waren jetzt? Ich glaube 17 Euro oder so. Einer ihrer Agents ist am Boden. Hey, 26. Au. Au. So aus der typische Durchschnittspreise auf ist, ja, heheheh. Todele, die Nummer 46. Der Windows 98 damals war auch schweineteuer. Aber in meinem Fall wäre der noch beliebter Windows 2000. Na, XP sowieso. Naja. Nope. Nö. Ah. Ah. Immer noch ne Platin, mein Gott. Hehehe. 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 Wir haben einen weiteren MEG-Fabrikstock von AIM geortet. Gut. Dann besuchen wir ihn und nehmen ihn außer Betrieb. Ich bin dabei. Dabei, bei, bei, Unimond. Lade die Koordinaten des Eingangs auf ihr HUD hoch. Naja. Ja, die einzige, äh, Lizenz, die ich eigentlich so gesehen habe, von Resellern, so nicht so wirklich, äh, holen sie halt hier Serverlizenzen. Na. Äh, wenn doch die, ja die, äh, was war's, 2000, boah, was hab ich hier, 2016 glaube ich. A2 oder so. Müsse ein Mist sein. Na. Besurte ich lieber, ja, direkt von Microsoft. Diese Feinde müssen besiegt werden. Weil mit Server, hm. Da kann ich Microsoft ganz schnell dran klicken, wenn er da nicht aufpasst. Hehehehe. Aber wenn da die, äh, Lizenzierung und so oder nicht stimmt. Das ist, hm. Ich hab's gelesen, Loki, ja. Was? Rob DJ? In. Oder so. Ja, auf jeden Fall danke. So. Ja, Loki, ja, war's auch. Ja. Ich hab das sogar mit eins meiner längsten, die, wo ich's überhaupt. Aber das ist ja gut. Ja, ja, danach ja eigentlich so gut. Aber ich, das gehen gar keine Spiele mehr, der Cup dann. Hehehehe. Alle verschickt. Ja gut, also ich jetzt wieder bei der Bärchen auch nicht machen. Ja. Vielleicht dann später, je nachdem wo ich das geben mit den Kids. Na. Oh, pfff. Im Normalfall. Ich meine, äh, also dieses NAS-System, na was da läuft, ist ja so gesehen wie ein Server. Na. Ähm. Das reicht für den Haushalt. Das Ding. Wenn du dann eh ja nur eine konfigurierbare Switch hast. Konfigurierbare Firewall. Gut, das ist jetzt klar. Soll das eh sein. Ha. Sonst wird's schwierig. Hehehehe. Da brauchst du kein Server mehr. Für privat. Ja, da hab ich heute die letzte Vorbereitung getroffen, also ich sehe theoretisch ab morgen. Und dann, je nachdem, wie die Kids mitspielen. Wir haben Wakanda stolz geholfen. Rob Chin. Oder so. Stimmt. Das kommt natürlich auch hin. Hehehehe. 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 Ja, servus. Ja, ich komm doch hier durcheinander, weil wenn ich hier DJ lese. Ne. Äh. Hehehehe. 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 Nein, ist auch nicht egal. Ja. Äh. So. Was soll ich grad sagen? Ah ja. Genau, je nachdem ich morgen dazu komme. Morgen früh ist er gleich wieder hier. Sarah wieder weg beim Reiten. Na. Bis um 14 Uhr. Dann wird's nur drauf an wie der Junior auch soweit ist. Dann werde ich ja morgen früh die Homepage auch mal auf klein nehmen. Dass ich sie umstelle. Dann kommst du halt nur so sporadisch mit der 1, 2 Sekunden halt kurz wieder online. Aber den Rest mach ich halt im Hintergrund dann. Na. Also. Also. So ist es zumindest der Plan jetzt. Bis morgen hin halt weiß ich nicht. Hehehehe. Hehehehe. Kann gut sein, dass er morgen früh auch klein ist. Die Homepage. Aimeinheiten haben ihre Position entdeckt. Sie müssen besiegt werden. Na ja. Ja. Ja, Wäähchen. Ja, du hast echt sein. Oder Gisier, der Mercedes unter den Assystemen. Äh. Was sag ich immer so schön hier? Weil Mercedes war nicht teuer und so. Na. Äh. Auf jeden Fall. Im. Ja. Das ist ja. Ein. Server. Reicht. Da kannst du auch hier jeden Scheiß einstellen, mit klarer Zugriff von allem drum und dran und überhaupt. Ja, mehr brauchst du gar nicht. Eigentlich brauchst du auch kein Sauber mehr. Weil der Pink ist schon einer. Nur das gab es ja früher ja nicht. Zumindest nicht erschwinglich. Ja gut, das heißt verbessern. Zum einen kannst du die gar nicht mehr verbessern, außer du gehst Raiden, weil bis 150 geht es ohne. Die haben ja das System umgestellt. Außer du meinst Artifact, das geht. Mit dem Polychiron Zeug. Aber bis 140er Items kriegst du alle so. 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 10. Das plus 10. Das ist das einzige wo du ja dieses Polychiron Gedönsel brauchst. Und alle anderen die Stufen hier, da wirst du zugeschissen. Wenn ich da jetzt drauf gehe, habe ich erstmal nur die da. 140, 140, 140. So jetzt brauchst du schon mal ewig zum Laden. Da. Ja. Das sind einfach jetzt nur 192 Teile. Da unten steht es da. Seht ihr das überhaupt? Ja doch, seht ihr noch. 192 Teile Random Schrott. Na. Alles 140. Kannst dich austoben. Ja. 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 Und höher würdest du eh nur hinkriegen, wenn du Raiden gehst. Und dann geht es da mittlerweile hoch bis 175. Und wenn du da natürlich dann Teile gedroppt kriegst, dann könntest du das theoretisch verbessern. Aber vorher, alle unter 140er Items brauchst du gar nichts verbessern. Lohnt sich nicht. Dann machst du die nächste Mission, dann ist es gleich wieder Schrott. Dein Gear. Auch wenn du das verbessert hast. Ja genau. Unter 140. Wurscht. Es gibt ja hier eine Mission. Ich kann dir das auch gleich mal zeigen, ja. Die ist ja links unten da. Wie heißt die nochmal? Ja auf jeden Fall hast du ja ratzfatz zwei Kisten zum öffnen. Also zwei Shield Kisten. Plus wenn du die random Dinge auch noch mitnimmst, kommst du auf vier Kisten. Innerhalb von mit dem fliegenden Charakter von zwei Minuten. Na. Dann kriegst du die Gear ohne Ende. Und dann immer die Mission zurück zu Quinjet. Wieder Vision auswählen. Wieder starten. Vier Kisten abklappern. Zurück zu Quinjet. Und so weiter. Na. Und dann lämst du ja so schnell hoch. Von der Machtstufe her. Das ist wurscht. Da ist dein Charakter vielleicht gerade mal was ich. Stufe zwei oder drei. Du hast aber 140er Gear. Hehehe. Ja. Ja. Hehehe. Nochmal. Na dann. Und nochmal. Na ja, gut, das reicht. Ablose Helm ist immer noch. Das macht NIA! Danke! Nein! Oh Mann! Hülla, für was brauchen Sie denn so viele Speicherbärchen? Der AIM Widerstand wird ohne Zweifel stärker. AIM hat eine Serverbank in der Nähe. Wir sind nicht allein! Sie haben keine Chance! Da sind Sie! Neutralisieren Sie sie! Neutralisieren Sie sie? Nein! Ja! Kann ich jetzt? Danke! AIM wird mit allem angreifen, um seine Server zu schützen. Zerstören Sie sie alle! Hey! Hey! So! Dieser Server ist zerstört! Hehehehe! Ja, Tag Holger! Ja, okay, gut, vier Terabyte, ja, okay, ja. Ich meine, so entweder acht, zehn oder zwölf. Also acht, zehn oder zwölf. Nicht achtzehn, sondern acht oder zehn oder zwölf. So, Terabyte, ja. Das reicht auch dicke zu. Das wirst du nie vollkriegen. Im Leben nicht. Was ich da jetzt bei mir sehe, weil ich habe ja, boah, ich glaube, 120.000 Fotos oder sowas hier auf dem System drauf. Keine Ahnung wieviel, hunderttausend Dokumente. Bleiben wir aber so weit es gehen ja gar nicht mehr, wir haben ja alles digitalisiert. Äh, ja. Videos, puh, keine Ahnung wieviel. Hehehe. Ich meine, Filme haben wir natürlich Blu-Ray, ne? Wenn du natürlich so 4K-Videos draufknallst, auf dem NAS-System. Wobei das ja gerade nicht auf dem NAS-System gehört. Hehehe. Ähm, ja. Dann ist natürlich die gleichvolle, ne? Hehehe. Hehehe. Weil auf dem NAS-System gehören eigentlich nur wichtige Sachen, sag ich zwar, die du nicht verlieren willst. Und da sind Filme garantiert nicht der Standard. Ja. Hehehe. 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 Wo ist denn die Bassbox hier? Hä? Hm. Hehehe. 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 Mehr Männer habt ihr nicht? Ausgangssperre! Hehehe. 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 Man, sie sind wirklich die Herausforderungen. No, die gehen da schnell. Verdient war scherlich. so jetzt die ebene 4 das läuft durch ja wir haben ich weiß gar nicht mehr wie viel genau ich bei mir drauf habe ich muss auf mehrere terminals zugreifen je mehr desto besser so wir haben jetzt noch 3,86 terabyte frei wenn es hier irgendwer ein solltel sei jetzt mal archiviere ich alles dass ich die dokumente ja nicht mehr im sofort zugriffsverfahren da ist und halt archiviert da dauert es halt ein stückchen länger bis hier aufgehen na ja auch da warum sie so viel speierplatz wieder frei reichen die nächsten jahre wieder ja ich rede jetzt nicht von der ps5 sondern sondern vom nass system ja ein paar terabytechen mehr normalerweise auf der ps5 haben wir ungefähr noch normal so 1,1 terabyte insgesamt frei wahrscheinlich so weit um den dreh ich hasse zipp rare ist es einzig wahre aber ja genau beginne jetzt mit dem hack ja ja versucht mich aus seinen systemen zu entfernen das hilft danke na ja klar züge verbunden bei den speicher hey so äh 8 terabyte sinds bei uns ja 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 ich bin in 11 mitsberg eingedrungen so das war's das war die nummer 47 ja 2 mal 4 terabyte platten ha da da haben wir es doch äh geil stunde dieser stock ist offline aber wir müssen nach weiteren suchen so und somit dann auch aha 5 pünfte platin hier äh oh was hab ich denn jetzt hier äh also hat er 3 von multiplayer gezählt ok ok ja 100% ja wo es sich von einer wo es sich passt so da na und danke hehehe ja da 5 pünfte aber in kurz hehehe hehehe geil endlich fällig hier so dann machen wir jetzt hier noch folgendes äh fortfahren da zurück zum Hauptmenü hehehehe ja klar easy Mutti die zieh ich heute Abend auch noch schnell durch die nächsten 500 hehehehe hehehe aber ich sag's mal zu 750 ne das ist ja theoretisch der nächste Meilenstein nach WSM Profiles zumindest aber bis dahin dauert hä Zero Platin äh so weil wir haben ja heute hier Spielstand Migration ... ... ... ... ... ... Upload abgeschlossen aha ... ... Gottfall, ja gut, das war es hier schon. Stimmt. Äh, falsch, was mache ich denn? Ähm, wo ist es? Avengers, du bist, PS4. Machen wir jetzt hier PS5. Ja, also Nitro-Fan werde ich jetzt gleich nicht aufschreiben, ne? Weil, ne. Äh, das war kein Kletcher. Ja, normalerweise auf jeden Fall. Passt dann eh ganz gut hier, weil ich müsste ja ganz fix den Energy wegbringen. Oder der Kaffee von der Nachmittag drückt, wie auch immer. Äh, werde ich aber danach dann umswitchen auf, äh, Sword and Online, na, Lost Song. Da fangen wir da damit gleich an. Und wäre das letzte Wasser-Schadenspiel, Martin, dann. Wetter. So. Da haben wir es mal die da. Ja. Und die da. So ist doch entspannt, oder? So muss es laufen, ja. Muss jetzt eine 50 Mal auf die Tasse drücken. Ne, ich lasse es, oder? Ach, wobei. Die höre ich mal auf den Sack. So. So muss es halt. Ja, ganz klar. Höchste Ehe, was ich... Ne. Leistung. So. Ja. Sieht schon anders aus mit Dicke, ne? Ah, ja. Da hat er ja noch. Ja. Ja. Adi. Ah. Datenträger-Zustand, fehlerfrei. Hm, ich weiß. Ach so, ja. Ach, ne, ich lasse jetzt. Ich mache jetzt sicher 51 Mal die Tasse hier. Aber nachher dann bei der Platin nochmal das Jahr. Ah, so, ich bereite mir das schon mal vorher mit Sword Art Online. Nein. Ups. So. So. Ja, so machen wir das. Ah, das Stück Ding, wir können jetzt auch wegschmeißen. Boah, wie auch nicht mal. Ah, ne, 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 ne. Hehehe. Alter Vater. Dum 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 dum. Ja, dennoch geiles Spiel. Ah, muss ich halt nur noch gucken, was die Spielzeit betrifft. Ah. Ja. Der ist alles entspannt. So langt ihr jetzt. Äh. Ja jetzt auch noch kurz auf die Platin halt, kurz auf die Spielzeit angucken hier. Ah, na gut dachte ich schon das letzte Wasserstandspiel, na ist der Backlog weg. Passt. Gucken wir ja wenigstens mal wieder zu was. Oh ne. Muhahaha. Der Name. Geile Sache ja. Gut aber schon mal zu Sword Art Online, sowas musst du halt mögen. Na ja. Wobei der Navi Paul die Serie ja ganz geil findet, na. Und das Spiel, das was ich ja die Knappe schon gesehen habe, war ja auch ganz geil. Mal gucken hier. Ist halt schon RPG, musst du ja abkönnen. Ah, ich glaube jetzt müsste es demnächst dann kommen. Glaub ich. Soll er nicht hier? Hä? Wie auch mal hier Trophy. What? Oh. Oh. Da dauert es doch noch ein bisschen. Dumm stam stam ständ. Naja, ist die doch gar. Ich kann mir zumindest nicht an. Na los, zieh durch. Ja, danke, Loke, aber ja, noch nicht. Okay, dann habe ich schon, aber ja, nicht nach den Einblendungen. Ah, jetzt dann gleich. Ich glaube, die aller Story-Trophy gewesen, glaube ich. Ne, das. Ja, ich weiß, die Trovelle ist ja sofort am Platin, nur das Zeug nicht, die Einblendungen. Ausgerechtlich, weil ich es ja als Mittel angezeigt habe oder anzeigen lassen. Ja, da haben wir es. So, jetzt aber. Ja, so, die 501D haben wir jetzt auch. Ja, ja, danke. Ja, aber logisch, also 51 Stück. Äh, genau, kurz raus. So, 699. Nein! Na ja, gut, klar, ne. PS4, PS5. Platin haben wir jetzt 500c. Omega-Level-Leistung, ja. Das Platin-Name bleibt den Weile lang bestehen, bis 750. Platin. Das 750. ist der nächste Meilenstein. Ähm, ja. PS5-Personen dann gleich direkt eins zu eins hinterher. Ähm, genau. So, jetzt hier. Spiele. Ja, kann sein, okay. Keine Ahnung. Äh, so. Da. Ja, wie ich geschätzt habe. Ja, mit 70 knapp geschätzt. Gut, jetzt waren es ja ein paar weniger. 68 Spielstunden ist okay. Ne, also, das ist doch okay, 68 Stunden. Ich hätte die 50 Stöcke ja echt nicht sein müssen. 50 Ebenen hätten gereicht. Oder 20 Stöcke. Als Beispiel dann zum Beispiel. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. Alles hätte gereicht. 50 ist schon übertrieben, ja. Aber, ja, mei. Irgendwie so eine Scheiß-Drop hier ist in jedem Spiel. Na, das ist... Ist halt so. Ja, trotzdem. Für die Gesamtspieldauer geht es trotzdem 68 Stunden. Ist okay. So, aber nichtsdestotrotz. Das Ding ist ja jetzt durch. Das vorletzte Wasserschadenspielchen, was ich ja noch gespielt hatte, ja. Während der Zeit, wo ich offline war. Das heißt, ich switch das ganze Ding jetzt hier um auf Sword Art Online. Du hast es sagen, fangen wir dann natürlich komplett von Null an. Ich habe da höchstens vielleicht eine Stunde gespielt gehabt. Ähm. Und dann auch nur drei Story-Trofies kriegt, die ja eigentlich jeder kriegt. Zwangsläufig. Einmal Tutorial und die ersten beiden Missionen. Na, das war es dann auch schon. Genau. Also von dem her, sag ich mal, ist es soweit. Danke fürs Zuschauen, was hier Avengers doppelt betrifft. Und dann, äh... Genau. Sitze ich kurz um hier auf Sword Art Online. Und dann geht es ja gleich wieder weiter. Schauen wir mal. Im letzten Wasserschadenspiel, was so offen ist. Haha. Das letzte. Geil. Genau. Ja. Danke soweit. Na. Oder in meinem Fall halt hier. Ich sage einfach mal, bis gleich. Ja. 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 Ja.